Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Willkommen zur Marktbesprechung am Dienstag. Heute mit Blick in Euro, britisches Pfund, in das Cable, also britisches Pfund, US-Dollar. Und wir schauen auf den S&P 500. Da gibt es latente Gefahren nach unten hin. Wir wissen ja, diese Woche ist Fettwoche. Das heißt am Mittwoch, also morgen um 20 Uhr, gibt es die Pressekonferenz. Zinsentscheid gibt es vorher. Da ist immer so ein bisschen Vorsicht bei den Händlern auch angesagt bzw. zu beobachten. Mal schauen, was heute passiert. Auf alle Fälle sehr, sehr interessant. Die Verortung im S&P 500, deswegen hier das Ganze auf dem Schirm. Kurze Frage noch in die Runde. Bin ich gut zu sehen, gut zu hören? Das Ganze richtet sich vor allen Dingen auch an meine Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Zoom. Ja, da haben wir ja die letzten Tage immer so ein bisschen basteln müssen. Aber heute freue ich mich, dass der Start zumindest mal zeitnah entsprechend gelungen ist. Ich bekomme auch schon die Meldung. Alles top. Danke für die Rückinfo. Jo, Däumchen hoch gab es da. Ich würde mich auch freuen über das ein oder andere Däumchen hoch hier im Livestream auf Facebook. Und ich sage an dieser Stelle auch gerne, wer einen Wunschmarkt hat, rein in die Chats auf Zoom oder auch auf Facebook. Und dann könnte ich gerne den ein oder anderen Wunschmarkt mit beleuchten. Den ersten haben wir schon hier an dieser Stelle US-Dollar, Can-Dollar und Austral-Dollar, US-Dollar haben wir sogar schon zwei. Super, das kriegen wir doch locker auf die Reihe. Wir machen hier los mit erst einmal natürlich dem Blick in den Risikohinweis. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Von der Nachrichtenseite her, ja da gibt es heute nicht wirklich viel zu berichten. Wir bekommen um 16 Uhr aus den USA das Conference Board Verbrauchervertrauen. Wir wissen, das ist wichtig. Gestern haben wir übrigens auch eine schöne Nachricht bekommen vom IFO. Die Chefetagen hier bei uns in Deutschland, die sehen etwas positiver in die Zukunft. Das heißt, die sehen schon, was in Zukunft möglich wird, wenn wir das Thema Corona so ein bisschen besser in den Griff bekommen. Deswegen auch ein schöner Anstieg hier im IFO-Geschäftsklimaindex für die Zukunft. Das ist doch ein positives Zeichen, zumindest für die nächsten Monate. Das dazu, 22.30 Uhr gibt es da noch den API-Rohöl-Lagerbestand. Also wieder einen kleinen Blick ins Öl. Morgen dann der große Ölbericht. Das Ganze aber dann am Mittwoch. Heute ist Dienstag und wir blicken jetzt in die Charts. Ich habe es in der aktuellen Ausgabe von Tickmills täglichen Trading Ideen ja auch reingeschrieben, worum es mir hier heute geht. Und wir starten hier gleich mal mit dem Blick in das Währungspaar britischer Fund, also euro-britischer Fund, so rum. Und wir sehen hier eine Verortung an einer interessanten Stelle. Hier dieser Punktebereich, an diesem Punkt, da haben wir einen Drehbereich, wo der Markt bis jetzt zumindest noch nicht nach oben durchstarten wollte. Aber wir haben eine gute Chance. Woher nehmen wir die gute Chance? Erst einmal, wir trenden hier nach oben hin. Erst einmal im Kleinen, dann im etwas Größeren sehen wir, der Markt will nach oben. Wir haben hier steigende Hochs, wir haben hier steigende Tiefs. Das ist ein gutes Zeichen. Nummer eins. Nummer zwei. Hier oben am Widerstand ist das Verhalten momentan auch ein bisschen anders, wie das, was wir hier und hier an dieser Stelle gesehen haben. Wir sehen hier momentan zumindest ein Verharren auf relativ hohem Niveau. Und das ist immer so ein bisschen ein Zeichen, dass der Markt sich durchaus vorbereitet über einen Bruch durch die Oberseite. Das sehen wir auch hier im Kurzfristigen. Ja, da kann man einen sehr, sehr steilen Trendkanal auch nach oben zeichnen. Hier oben, da bildet sich dann ein Dreieck. Unten die Seite sehr steil ansteigen. Wenn es hier tatsächlich durch den Druck von unten, wir sehen ja immer wieder runter und deutlich aufwärts Moves, wenn der sich nach oben entlädt, dann haben wir gute Chancen, die Oberseite anzulaufen. Der nächste, erste Anlaufpunkt für die kurzfristigen Trader ist hier mal dieses Zwischenhoch, was wir gehabt haben bei 0,91,76. Und wenn wir das Ganze dann mal noch ein bisschen weiter sehen wollen, da gehe ich mal ganz kurz in den Tagesschart an dieser Stelle. Wenn dieses Level rausgenommen wird, ja, dann sehen wir hier drüben noch ein paar Schwungbereiche. Da ist also viel, viel Luft, ja, nach oben hin. Und das Ganze, die Luft nach oben, die sehen wir auch schön im 4-Stunden-Chart. Und wo die Anlaufpunkte herkommen, sehen wir hier auch. Wir sehen es hier oben an dieser Stelle. 1, 2, das sind die Hochs, die wir hier drinnen liegen haben. Sozusagen die Korrekturhochs aus diesem Abwärtsschub, den wir hier zur Unterseite gesehen haben. Und das sind die Marker, die wir durchaus oben auf der Uhr haben. Schwierig für die Oberseite wird es nur dann. Dann ändert sich dieses Szenario so ein bisschen, wenn wir hier unten drunter laufen. Wir haben jetzt hier die Kontraktion unten laufen, ja, das Ganze hier im Tief ungefähr bei 0,90,82. Und wir sehen es hier, wenn wir tatsächlich nicht nach oben ausbrechen, sondern das Dreieck hier nach unten verlassen sollten, dann müssen wir genau hinschauen, was hier unten passiert. Fallen die Kurse unter die 0,90,82, Dann ist der Weg erstmal frei in den Drehbereich hier unten um die Marke von 0,90 und dann darunter hier die 0,89,3,8. Das sind die Marker, die wir unten sehen. Also, es bleibt spannend. Wir haben eine gute Chance, oben drüber zu laufen. Was passieren kann, wenn so ein Widerstand nach oben rausgenommen wird, das sehen wir jetzt beim britischen Pfund US-Dollar. Da blicken wir auch mal ein bisschen hinter die Kulissen. Wir haben drüber gesprochen, über diesen Widerstand und über das, was hier ist. Wir haben es gesehen, was der Markt rausnimmt, wie stark der Markt hier nach oben geschossen ist. Und ja, haben wir es halt gehabt. Das war mal so ein Überschreiten des Widerstandslevel, des ehemaligen Widerstandslevel, hier bei 1,26,700. Und hier im Währungspaar britischer Pfund US-Dollar haben wir jetzt wirklich richtig gute Karten nach oben durchzustarten. Und eins sei an dieser Stelle noch gesagt, wir haben hier noch eine wichtige Schwelle vor uns. Und diese Schwelle ist dieser etwas größere Drehbereich hier oben, um die Marke von 1,29,3. Da sehen wir, das war erst eine ganze Zeit eine Unterstützung. Und dann wurde das zu einer heftigen Widerstandszone. Das ist ein hart umkämpfter Bereich. Und hier wird es wichtig zu sehen, was los ist. Entweder, und das ist jetzt wichtig, wir laufen ran, beziehungsweise drehen direkt um und gehen erst mal ein bisschen auf Tauchstation, bevor wir dann nach oben durchstarten. Was ist dann wichtig? Dann gucken wir uns gleich die Marken unten an, in den kleineren Zeitanheiten. Das sehen wir gleich. Die andere Seite, wenn die Stärke drüber kommt, ja, dann sehen wir auch nach oben hin. Hier ist nicht wirklich was, was aufhalten kann. Und hier schauen wir wirklich auch mal einen Blick mit rein, oben durch. Wir sehen hier momentan schön den Trend, den Aufwärtstrend in den vier Stunden. Korrektive Phasen haben gute Anlaufpunkte. Und an den Anlaufpunkten können wir uns zwei Marken jetzt schon mal raussuchen. Erstmal hier oben das größere Ausbruchslevel um die 1,28,13. Das war das hoch hier drüben. Und das zweite, das war das vorangegangene Ausbruchslevel hier in diesem Aufwärtsschub, das wir haben. Das ist das Level um die 1,27,68. Das sind mal die ersten Marker, die wir hier zur Chart-Unterseite haben, die durchaus gute Drehpunkte sein können für einen nächsten Run zur Oberseite. Wenn wir eine Korrektur-Ausdehnung hier durch die Preisliste nach unten bekommen. Wenn es tiefer rein geht, sehen wir hier auch noch einen Kaufbereich um die 1,26,7. Das sind die Marker, die wir hier gut und gerne in der korrektiven Phase auf der Uhr haben können. Wie schon gesagt, das allerdings wirklich nur korrektiv. Bleibt der Markt stark und schafft den Sprung hier oben über die 1,29,3. Dann ist der Weg nach oben tatsächlich offen. Und jetzt liegt hier noch so eine ganz kleine dünne Linie drin bei 1,29,75. Da muss ich mal ein kleines bisschen zusammenraffen hier an dieser Stelle. Schaut mal, das ist hier drüben. Oh, wartet mal, guckt mal hier. Das müssen wir mal kurz mal schauen, ob ich das hinkriege. Moment, das ist jetzt vier Stunden. Genau, so, wir brauchen es jetzt ein bisschen tiefer und ein bisschen weiter drüben. Lass mich rüber. So, Moment. Ne, der lässt mich da nicht rüber. Doch, hier, jetzt hoffentlich bleibt er stehen. Schaut mal, aus diesem Abwärts-Move hier runter hat sich hier drüben ein kleines Zwischenhoch ergeben. Und dieses kleine Zwischenhoch, das ist die Marke von 1,29,75. Und das ist dann auch der Punkt, was ich hier oben eingezeichnet habe. Das ist diese Linie. Wenn tatsächlich die 1,29,3 gewuppt werden, ist der nächste Anlaufpunkt die 1,29,75. Das ist planbar nach oben hin. Und dann, wenn das genommen ist, wie ich schon gesagt habe, dann ist der Weg richtig frei in den Verkaufsbereich um die Marke von etwas über 1,32. Der Blick in das Cable. Und damit schauen wir in den S&P 500. Und danach kümmere ich mich um die Währungspaare. Übrigens auch viele guten Morgengrüße wieder. Freue ich mich sehr drüber. Top. Das ist eine gute Geschichte. Die gebe ich natürlich an dieser Stelle persönlich auch gerne mit zurück. So, wir gehen in den S&P 500. Da ist er. Da ist er. So, und hier. Na, jetzt haben wir es. Da ist er da. Hier haben wir den S&P 500. Mit ein paar bunten Linien drin. Keine Sorge, hier habe ich keine bunten Pillen ins Bild geworfen. Sondern das ist einfach charttechnisch so entwickelt gewesen. Wo kommt das her? Das Ganze kommt her mit Blick zurück ins größere Bild. Was wir hier haben, die obere Linie, die leicht rosafarbene Linie, das ist das Ausbruchslevel hier. Wir haben hier einen gewissen Schwungbereich. Hier ist ein Drehpunkt in diesem Bereich um die Marke von 3.230 Punkten. 2.300, was haben wir hier oben? Diese Schwungbereiche um die 2.300, sorry, um die 3.230 bis 3.240. Der Zungenbrecher hier oben heute Morgen für mich, das ist so ein Drehbereich, so ein Widerstandsbereich bzw. Supportbereich. Also da hat sich der Markt noch nicht so richtig entschieden, was das sein soll. Er springt hier an dieser Stelle hin und her. Fest steht an sich eins. Wir sind hier sozusagen verortet in einem Aufwärtstrend. Wir sehen es hier auch drin. Ich habe gerade mal den Entrybar noch mit reingenommen. Das ist das Signal in dem MTUN Live-Paket hier an dieser Stelle. Im Aufwärtstrend sind wir momentan in einer sehr, sehr flachen Korrektur. Da sehen wir halt, wenn der Markt nicht stark bleibt, dass wir doch Korrekturpotenzial zur Unterseite rein haben. Und hier sehen wir halt auch ab dem grünen Bereich, das wird so, der grüne Bereich ist so der Bereich hier um die 3.115 bis 3.130 Zähler. Da fängt der grüne Bereich so langsam schön an. Hier oben noch das Zwischenlevel um die 3.170 und die tiefe Korrektur kann dann unten reinlaufen bis in den alten Bereich hier etwas unter 3.000 Punkten. Das ist das, was wir weit nach unten mit sehen. So weit müssen wir aber für den heutigen Handelstag noch gar nicht schauen. Hier reicht uns erstmal der Blick sozusagen in die Stunde, in den Stundentrend. Und da sehen wir etwas, das uns als Händler ein bisschen aufhorchen lassen sollte. Und zwar, wenn wir uns mal den letzten, den aktuellen Bewegungstrend anschauen, dann sehen wir hier, ich raffe das mal ganz stark zusammen, dass wir ein bisschen mehr historisch sehen. Schaut euch das mal an. Hier, das ist der letzte Trend nach oben und das ist der letzte Bewegungsarm sozusagen. Das war die korrektive Phase hier, wie sie angefangen hat und jetzt der letzte laufende Bewegungsarm nach oben. Und wenn wir uns diesen Trend mal anschauen, dieser Trend ist mittlerweile gebrochen. Wir haben allerdings auch in einer sehr interessanten Stelle angefangen, wieder rumzudrehen. Das ist die Marke von 3.200 Punkten und wir sehen, diese Marke ist auch relevant für den Markt. Das heißt, hier hat er gehalten, hier hat sie gehalten, hier hat sie gehalten, hier hat sie wieder gehalten. Das heißt, sollten wir da drunter fallen, hat das eine sehr, sehr starke Bedeutung. Dann sind hier um die 3.200 Punkte Marke keine Händler mehr da, die bereit sind, zu diesen hohen Kursen zu kaufen. Möglicherweise sehen wir hier dann auch Händler, die sich von ihren Long-Positionen verabschieden. Das bringt Druck auf den Markt. Das heißt, die Marke um die 3.200 Punkten, die hat eine sehr, sehr hohe Relevanz. Ob wir die heute anlaufen oder nicht, das weiß ich natürlich nicht. Aber das blaue Bild hier, diese blaue Linie nach unten, die hat halt eine gewisse Aussagekraft. Und wenn wir hier tatsächlich rumdrehen und nicht weiter hochkommen und das hoch hier oben um die 3.292 Punkte rausnehmen bzw. antesten, dann sieht der Markt eher angezählt für die Unterseite aus. Das müssen wir ganz einfach konstatieren. Auch wenn wir hier im kleinsten Bereich natürlich jetzt noch einen Aufwärtstrend haben, ist das die Korrektur zu diesem Abwärtsmove nach unten. Wir müssen das ein bisschen eingrenzen, einschätzen, wie es weitergehen kann. Laufen wir oben drüber hier, ich ziehe mal eine Linie drüber, also laufen wir hier über dieses Zwischenhoch drüber, dann trendet dieser kleine Gegentrend hier natürlich sehr schön weiter nach oben. Und dann haben wir die Chancen zur Oberseite. Das heißt, die Long-Seite, wenn wir die an dieser Seite bespielt bekommen wollen, brauchen wir die Fortsetzung der Aufwärtsdynamik. Und das wären dann Kurse über der Marke von 3.200 und knapp 55 Zählern. Die Unterseite, wie schon gesagt, angezählt ist dieser Aufwärtstrend ja schon. Fallen wir unter 3.2, dann haben wir einen Abwärtstrend in der Stunde und der hat dann die Punkte ganz klar auf der Unterseite zu stehen. Anlaufmarken hätten wir hier den Drehbereich um die 3.170 und dann die Swing Lows, also die Korrekturtief sozusagen von diesem Aufwärtstrend, die wir hier mit reinzählen können. Das wäre einmal die Marke hier unten von 3.127 und hier drüben 3.115 Zähler. Das sind mal die Marken auf der Unterseite, falls der Markt tatsächlich runter möchte. Für diejenigen, die das Ganze im kleinen Rahmen traden möchten, hier gibt der Trend der Stunde ja momentan die Richtung etwas nach oben vor. Da schauen wir mal eben noch in die 5 Minuten rein und hier sehen wir es auch schon. Ich mache mal kurz den Zeitrahmen raus hier an dieser Stelle und ich muss es mal ein kleines bisschen zusammenraffen, damit wir sehen, was hier los ist. Und das zeichne ich gleich ganz kurz mal flott noch mit ein hier an dieser Stelle und zwar ist einfach folgendes, was wir hier an dieser Stelle jetzt beachten müssen. Schaut hier, ich zeichne nicht den ganzen Trend ein, sondern einfach nur mal ein Stückchen. Schaut mal, das hier war quasi der letzte Abwärtsmove, den wir nach unten hatten, der Trendverlauf. So und dann hat der Markt hier unten ein, sage ich mal, mehr oder weniger Doppelboden gemacht und hat dann angefangen, die Oberseite anzulaufen. So und hier sehen wir halt, das ist der Trend zur Oberseite hin, hier oben rein. Diese Unterseite hat eine Relevanz gehabt und jetzt trendet der Markt so nach oben hinweg. So und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, was der Markt hier macht. Das, was wir hier sehen, ist der Bewegungsarm, der letzte im 5-Minuten-Trend. Also das ist wirklich das aller, aller kleinste Bild. Das Ganze sieht man halt jetzt nach oben laufen und was jetzt an dieser Stelle wichtig ist, ist halt der Sachverhalt, den wir hier an dieser Stelle sehen. Ich muss mal ganz kurz die ganzen, das Programm hier schließen, das Zeichenprogramm. Was wir jetzt hier sehen, ist ein folgender Sachverhalt. Fallen wir hier unter diese kleine Zwischenmarke drunter, also hier unter dieses Level, wo wir uns gerade jetzt noch halten. Das ist eine kleine Unterstützung, ja. Was haben wir dann? Dann haben wir hier so eine Art Umkehr. Dann haben wir hier eine Top-Formation in den 5 Minuten und das ist im kleinsten Raum. Das, was wir jetzt hier als Anlaufpunkte sehen, heißt also an dieser Stelle, wenn wir hier unten unter die 3.240 nachhaltig drunter fallen, trenden die 5 Minuten nach unten und die Anlaufmarker sind dann zur Unterseite auch relativ schnell festzusetzen. Das heißt, wenn wir das hier an dieser Stelle mal mit reinnehmen wollen, die Unterseite, wenn wir hier unter dieses Level fallen, bietet uns die Anlaufpunkte mal hier um die 3.230. Das haben wir ja ganz klar, das ist dieser Drehbereich, den wir hier schon sehen. Und danach, hupala, das war das falsche. Kurzen Augenblick, die falsche Linie. Danach geht es hier unten rein. Schaut mal, hier haben wir einen Drehlevel in etwa um die Marke von 3.217 und auf der anderen Seite hier unten dann schon der Drehbereich um die 3.200 Punkte Marke. Und da ist ja die Entscheidung, die wir für die Stunde und den Tag brauchen, wo es dann wirklich darauf ankommt, wie verhält sich das große Bild. Und das wird momentan sehr, sehr interessant sein. Das mit Blick in den S&P 500 und dann komme ich noch zu den Wunschmärkten. Und zwar fangen wir an mit US-Dollar, Kan-Dollar und danach machen wir Austral-Dollar, US-Dollar. So, gut, schauen wir mal. US-Dollar, kanadischer Dollar. Wo ist er? Da unten haben wir, da ist er, der Canadian-Dollar. Da ist er da. Er hängt unten fest am momentan zumindest letzten Kaufbereich. Da ist er jetzt drunter gefallen und das ist erstmal ein Zeichen, wenn er drunter fällt, hat er natürlich jetzt das Potenzial eher zur Unterseite. Was heißt das hier an dieser Stelle? Müssen wir mal im Tagestrend ganz kurz rein schauen. Schaut, wir sind hier unten drunter gefallen. Wir sind hier aus dieser Seitwärtsrange nach unten dynamisch ausgebrochen. Und dieses Kauflevel hier unten um die 1.338, das hat natürlich eine gewisse Marktrelevanz. Das können wir jetzt nicht außen vor lassen. Wichtig ist jetzt eins, das kurzfristige Verhalten sieht mir nach einem Retest dieses Ausbruchsbereich aus. Wenn dort wieder abverkauft wird, wäre das für die bärische Strategie ein sehr, sehr gutes Zeichen. Nächster Anlaufpunkt im Kurzen wäre erstmal hier das aktuelle Trendtief des Tages. Der läuft ja hier schön nach unten. Das Tiefunterschritten gibt dann das Potenzial unten rein in die 1.32. Und das schauen wir uns jetzt mal eben ganz kurz im Stundentrend an. Da möchte ich nämlich mal kurz darauf eingehen, hier auch mal kurz vom Programm anzeigen lassen, dass der ein oder andere, der sich gerne die computergestützte Hilfe mit reinholen möchte, mal sieht, wie das Ganze funktioniert, wie das Ganze läuft an dieser Stelle. Hier das Ganze mal im MTON-Paket. Da, Moment, ich muss nur noch kurz eine Einstellung machen. So, da haben wir es drinnen. So, und jetzt mache ich kurz mal hier den Timerframe rein. Das hier ist der aktuell nach unten laufende Trend. Hier, das ist die Bewegung im Stundentrend, der nach unten läuft. Hier sehen wir jetzt die Korrektur. Und solange, wie wir nicht sozusagen hier deutlich in die Höhe gehen und nicht über diese Marke, bleibt der Abwärtstrend absolut intakt. Das heißt, alle Umkehrmuster, die wir hier sehen, zur Unterseite hin, das wären gute Chancen, hier einen Trade für die Unterseite mit fortzuschämt. Und so alt ist der Trend hier an dieser Stelle auch noch nicht. Also, da ist noch ein bisschen Luft zur Unterseite hin. Und das kann dann tatsächlich dazu führen, dass wir hier nochmal eine Chance bekommen, nach dem Ausbruch rauszugehen. Und das wäre ja das Gute, weil wir haben das Gleiche ja hier drüben gesehen. Drunter gelaufen, in die Korrektur gegangen, dann die dynamische Abwärtsbewegung. So, jetzt sind wir wieder drunter gelaufen, gehen wieder in die Korrektur. Und das ist halt die Chance zur Trendfortsetzung, den Markt einfach zur Unterseite zu nehmen. Wie ich schon gesagt habe, wenn die Unterseite wegfliegt, dann haben wir das Ganze mit Blick in den Tagesschat doch in deutliche Kategorien nach unten hin. Ansonsten korrektive Phase hier im US-Dollar, Kan-Dollar ohne Probleme in die Mark oder in die Region um die 1,34,4 mit oben rein. Das ist alles möglich. Nur wir müssen jetzt den Blick auf den Tagesschat und auch den Trendverlauf der Stunde sehen. Übergeordnet ist das Bild abwärts. Und das ist der Punkt, den wir hier immer wieder mitsehen. Mit dem Trendhandeln ist einfach viel, viel sicherer und oft stabiler, als gegen den Trend zu traden. Das ist der Blick in US-Dollar, kanadischer Dollar. Und dann schauen wir jetzt noch auf den Austral-Dollar, US-Dollar. So, Austral-Dollar, US-Dollar. Wo bist du? Da unten haben wir ihn. Zack. Da. Boom. Ja. Knall nach oben. Auch hier. Schön im Widerstandsbereich rausgenommen. Das Ganze hier zur Oberseite hin wirklich schön zu sehen. Ausbruch hier, Ausbruch dort. Jetzt auf dem Weg nach oben. Eine kleine Sache muss man hier an dieser Stelle ein bisschen beachten. Und zwar, wartet mal, ich gehe mal ganz kurz für die Zielrichtung noch auf den größeren Markt. Wir sind jetzt hier schön über wichtige Level ausgebrochen. Ja, das an dieser Stelle muss man einfach sehen. Nach oben hin haben wir jetzt auch weiteres Potenzial. Deswegen bin ich hier nochmal in die Woche reingegangen. Schaut mal hier. Da haben wir ein paar Swing-Highs oben liegen. Um die 0,72, 0,8. Also 0,72 ein bisschen drüber. Hier die 72, die 0,72, 9. Und hier oben die 0,73, 9. Das sind Zahlen, die wir auf der Oberseite durchaus als Anlauf-Level für die Long-Seite haben. Im kurzfristigen Bereich, wenn wir uns die Woche anschauen, ist der Tag ja das kurzfristigere Ende. Müssen wir allerdings sehen, aktuell sind wir hier so ein bisschen in der leichten Top-Bildungsformation. Da kommt es jetzt halt wirklich darauf an, was passiert hier in diesem Bereich. Das letzte Ausbruchslevel ist jetzt an dieser Stelle natürlich ein Unterstützungsbereich geworden. Und dieser Unterstützungsbereich wurde schon einmal angelaufen hier. Da sind wir dann schön nach oben gedreht. Hier oben sehen wir momentan aber immer so ein bisschen Abverkäufe. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal eben im 4-Stunden-Chart an. Und das ist das, wo ich sage, müssen wir ein bisschen aufpassen, was hier passiert. Zwei Sachen können passieren. Entweder wir sehen hier oben in dem Top-Bereich eine Kontraktion, die sich bildet. Also so ein Kontraktionsmuster. Dass wir hier runtergehen, ranlaufen, ein bisschen flacher runtergehen, ranlaufen. Und vielleicht nochmal flacher und dann ranlaufen. Das wäre eine bullische Kontraktion. Das ist das eine, was passieren kann. Das zweite, was wir auf der Uhr haben müssen, ist das, was ich jetzt mal kurz einzeichne. Schaut mal hier. Das war der erste Schub nach unten. Wenn es keine Kontraktionen gibt, haben wir hier den Abverkauf, ein tieferes Hoch. Und jetzt, und das ist das, wo ich sage, das ist wirklich dann das Anzeichen, dass wir möglicherweise eine tiefere Korrektur sehen. Sollten wir hier unter das Zwischentief bei 0,7064 fallen, haben wir hier einen korrektiven Abwärtstrend. Und der hat erstmal ein bisschen Potenzial zur Unterseite rein. Da müssen wir schauen, wie es läuft, wie es weitergeht. Der nächste Anlaufpunkt auf der Unterseite wäre dann mal hier kurz der An- bzw. der Ausbruchsbereich um die 0,70375 bzw. hier unten dieses Drehlevel um die Marke von 0,6977. Also das bleibt interessant. Wer sich das Ganze sehr nah anschauen möchte, der macht einfach mal den Blick in die untergeordnete Zeiteinheit noch rein. Das, wie schon gesagt, hier ist der 4-Stunden-Chart. Der hat hier nach oben getrendet. Und in dem Blick mit dem Trending nach oben ist dieses Level hier ein sehr, sehr wichtiges Untergeordnet. Wenn das gebrochen wird, wird nämlich der Bewegungstrend hier rausgenommen. Also das, was sich jetzt hier nach oben bewegt hat. Und wenn der rausgenommen wird, ist das das erste Anzeichen, dass wir doch eher die Unterseite beleuchten wollen. Und wer sich das mal eben im 5- oder 15-Minuten-Chart anschauen möchte, spielt keine Rolle. Da sieht man das gleiche Bild. Da sehen wir halt, was ich damit an dieser Stelle meine. Ich raff es mal ganz kurz noch zusammen. Hier, schaut euch, das wäre jetzt mal der Schub nach unten. Im kleinsten trendet es ja schon ein bisschen. Und wenn wir tatsächlich hier unter dieses Level drunter fallen, dann haben wir hier den Aufwärtstrend rausgenommen, den kleinen. Und das ist dann das Zeichen dafür, dass der Markt doch eher zur Unterseite rein will. Und wir uns ein bisschen Richtung 0,7064 orientieren müssen. So, das dazu zu den Fragen. Das passt soweit. Jawohl, Carsten. Du warst wieder der Erste. Du hast mich ja gestern auch was gefragt zum Dow. Da gucken wir noch mal ganz kurz in den Dow rein an dieser Stelle. Hier unten, der Dow sieht auch ein bisschen angeschlagen aus. Wir sehen es im Dow. Momentan haben wir auch schon in der Stunde zumindest im Stundenchart einen Abwärtstrend am Laufen. Ich warte mal kurz. Den Lower Timeframe kriegen wir den schon rein. Zack, ist er schon da. Naja, das ist noch ein bisschen viel. Aber hier im Higher Timeframe sehen wir es schon. Wir haben momentan im Dow einen Abwärtstrend in der Stunde hier. Das ist ein Trend, der gegen sozusagen die Aufwärtsdynamik hier läuft. Und wenn wir das so ein bisschen zusammenraffen, sehen wir halt, dass wir jetzt durchaus auch Potenzial zur Unterseite haben. Wir sind schon mal hier unten drunter gelupft. Deshalb gibt es jetzt diesen Abwärtstrend. Die korrektive Phase kann sich durchaus noch ein Stück weit ausdehnen. Hier oben rein sogar Richtung 27, 27.100 Punkte beziehungsweise hier in diesen ehemaligen Drehbereich rein um die runde Marke von 26.800 Punkten. Das sind durchaus Zähler, die wir dazu haben. Damit das passiert, müssen wir allerdings hier übers Zwischenhoch drüber. Das heißt hier, diese Marke muss rausgenommen werden. Wir sehen ja im Kleinsten, ich blende es mal kurz ein, trendet der Markt ja schon so ein bisschen nach oben hier an dieser Stelle. Also wir sehen aufwärts, abwärts, wieder aufwärts. Da haben wir ja den kleinen Trend schon nach oben laufen. Aber wir sehen halt auch immer wieder die kleinsten Trendbrüche. Also das heißt, das ist an dieser Stelle ein relativ unsauberes Bild, was wir hier an dieser Stelle haben. Und das zeigt so ein bisschen immer auch die Unsicherheit der Händler an dieser Stelle. Und das ist so ein bisschen ein Zeichen, wo man sagt, okay, wie geht es denn rein? Die Marke von 26.700 Punkten, wir sehen es hier an dieser blauen Linie, ist auch hier in Drehbereichen, Widerstandsbereichen kleiner. Da kam der Abverkauf rein. Und wenn der sich nach unten fortsetzt, dann haben wir natürlich das Umkehrsignal zumindest kurzfristig hier Richtung unten für die kurzfristigen Trader in Richtung 26.400 bis 26.420 Punkte rein. Und für die Kurzfristtrader wird es dann natürlich auch noch interessant, was kommt hier runter. Das heißt, wenn wir kurzfristig hier unter die 26.567 laufen, dann wäre mal der nächste Anlaufpunkt oder das nächste Anlauflevel, sage ich mal. Hier unten das Band um die Marke von 26.480 bis 26.500 Zähler. Und das Ganze gucken wir uns mal kurz im Kleinstbereich noch an. Und hier sehen wir schon die 5 Minuten Trenden schon wieder runter. Ich nehme die Trenderkennung hier an dieser Stelle mal ganz kurz raus, um mal das größere Bild zu beleuchten. Wir sehen es hier an dieser Stelle. Dieses Level hier um die 26.567 ist ein Drehpunkt. Fallen wir da drunter, ist die Tür erstmal offen für weitere Rückgaben. Und hier sehen wir die Anlaufpunkte, die wir hier auch haben in den Schwungbereichen. Und das ist das, was wir sehen können. Hält das Level übrigens hier an dieser Stelle? Haben wir in Anführungsstrichen hier so eine kleine Art Bodenbildung. Und das könnte dann den Weg nach oben geben. Da müssen wir einfach mal drauf schauen, was passiert. Dann haben wir hier auf alle Fälle mal die wichtigen Marker. Das heißt, die Oberseite, hier müssen wir drüber. 26.700, unten die 26.567. Im Kleinstbereich fällt es drunter. Eher die Unterseite anschauen. Gehen wir oben drüber, ja dann kann man hier unten von der Bodenbildung ausschauen. Schon nach der Oberseite ein bisschen, ja sag ich mal, schielen. Denn also hier über die 26.610, das hätten wir hier so den kleinen Ausbruchsversuch nach oben. Und der hat danach Chancen auf die Oberseite hin. Und wenn wir mal schauen, wo es hingehen soll. Im Kleinstbereich, schaut mal hier, da haben wir hier die Marker auch mit liegen. Im Kurzfristbereich 26.637 Zähler, beziehungsweise hier oben die 26.689. Das sind so ein paar Marker, die wir hier rausnehmen können für das kleine kurzfristige Intraday Trading. Das dazu, jetzt haben wir es eine Minute vor um neun. Das heißt, an dieser Stelle passt das Ganze. Hoffe ich gut rein. Gutes Trading und bis morgen 8.30 Uhr in der Live-Session hier bei Tickmill. Den Blog-Eintrag gibt es natürlich vorher. Bis dahin. Tschüss.